Oh, Picky, ich will die Süßigkeiten haben und ich weiß auch, wie ich das anstelle. Oh, indem du Süßes oder Saures spielst? Nein, ich spiel lieber Süßes oder Klaues. Bin ich nicht toll, Picky? Ich hab den weltweit allerersten Halloween-Süßigkeiten-Mobser erfunden. Ja! Weiter so, Süßigkeiten-Mobser. Ich will doch mehr Süßigkeiten. Okay, Süßigkeiten-Mobser, du kannst jetzt aufhören. Aufhören, Mobser! Stopp! Aufhören! Was war das? Oh, seht doch nur! Unsere Süßigkeiten fliegen davon! Süßigkeiten! Wir müssen schnell hinterher und sie zurückholen, bevor Crusher sie erwischt. AJ, drück auf die Tube! Geht klar! Ich guck mir! Zeit für die Süßigkeiten! Ich will Süßigkeiten! Oh nein! Wenn wir uns nicht beeilen, schnappt sich Crusher alle Süßigkeiten! Wir müssen uns überlegen, wie wir uns vor dem Kürbisbeschuss schützen können. Ich weiß, wir brauchen irgendwas, um diese Kürbisse in ganz winzig kleine Stücke zu schneiden. Ja! Zerschnippeln direkt in der Luft! Hey, ich weiß, welche Maschine das kann! Eine Elektro-Stichsäge! Das ist eine elektrische Säge mit einem starken Sägeblatt, das sich bewegt. Oh ja! Jetzt bin ich eine echte Stichsägen-Monster-Maschine! Wow! Du siehst toll aus! Macht euch bereit, Blaze! Die Robo-Kanone feuert gleich noch mehr Kürbisse ab! Helft ihr mir denn dabei, die Kürbisse zu zersägen? Jedes Mal, wenn ihr einen Kürbis kommen seht, ruft Kürbis! 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 Gut gemacht, das war's! Wir kamen, wir sägten und wir siegten! Juhu! Das war echt klasse! Super! Ein Hoch auf Bläs! Danke, Freunde! Und jetzt weiter! Zur Scheune ist es nicht mehr weit! Hey, seht mal, was da vorne steht! Unsere Eimer mit Süßigkeiten! Juhu! Wir haben sie gefunden! Da sind sie ja! Aber Crusher wird sie uns gleich wegschnappen! Oh nein! Unsere Süßigkeiten! Wir müssen aber was unternehmen! Crusher darf uns nicht alle Süßigkeiten klauen! Hey, ich hab da ne Idee! Wir könnten Crusher doch Angst einjagen mit einem super gruseligen Schatten! Ja! Das machen wir! Keiner kann mich jetzt mehr hindern, die Süßigkeiten zu klauen! Weder Blaze noch seine Freunde! Nicht mal diese riesige, gruselige Fledermaus! Nicht so schnell, Crusher! Warte auf mich! Klasse! Wir haben's geschafft! Super Schatten, AJ! Danke, Blaze! Los, kommt alle mit! Jetzt holen wir uns unsere Süßigkeiten! Und los geht's! Juhu! Meine Süßigkeiten! Juhu! Ach, ihr Süßigkeiten! Jack lässt euch nie mehr allein versprochen! Mua, 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 mua! Jam, jam, jam! Jihah! Süßigkeiten schmecken einfach köstlich! Wow! Du schaffst es! Geht mir aus dem Weg, ihr Törtchen! Okay! Puh! Gleich geschafft! Es ist nur noch ein Kuchenberg übrig! Der Obstkuchenberg! Die vielen Obstkuchen sind super schwer! Unser Schaufelbagger braucht viel mehr Kraft! Er bekommt seine Kraft über den Hydraulikzylinder! Und um die vielen Obstkuchen hochzuheben, brauchen wir eine Kraft von 10! Macht mit! Zählt mit mir bis 10! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Und geschafft! Es war gut, dass ich die zusätzliche Kraft bekommen hab! Guck mal, Blaze! Da sind die Robo-Bäcker! Schnell! Schalten wir sie ab! Geschafft! Kein verrücktes Backen mehr für euch! Ja! Gut gemacht, Blaze! Aber was machen wir jetzt mit all dem Essen? Vielleicht kann ich ja helfen! Das ist Schutti! Ho, ho! Hier sieht's aber schlimm aus! Schutti ist ein Müllwagen! Er kann uns helfen, den Kuchen wegzuschaffen! Stimmt's? Dafür bin ich da! Ihr beladet mich, ich schaffe es weg! Also, das nenn ich Putzaktion! Ho, ho, ho! War nett, mit euch zu arbeiten, Freunde! Tschau, Schutti! Danke! Oh, ach, guck! Autsch! 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 Wir müssen diesen Riesen-Robo-Bäcker abschalten! Und zwar schnell! Aber wie schaffen wir das, ohne von den Torten getroffen zu werden? Ich weiß es! Prüfen wir doch ihre Flugbahnen! Visierblick aktivieren! Eine Torte wird auf der rosa Decke landen, eine andere auf der lila Decke und eine weitere auf der blauen Decke. Das bedeutet, wir sind in Sicherheit, wenn wir auf die rote Decke fahren! Geschafft! Und weiter geht es! Achtung, Blaze! Der Robo-Bäcker schleudert gleich noch mehr Torten! Bald! Seht euch die Flugbahnen ganz genau an! Welche Decke wird nicht von einer Torte getroffen werden? Die lila Decke! Ja! Gut, Blaze! Beeil dich, Blaze! Wir sind gleich bei ihm! Er wirft gleich noch mehr Torten! Schnell! Welche Decke wird jetzt von keiner Torte getroffen werden? Die blaue! Ja! Nicht einen Krümel abgekriegt! Schneller, Blaze! Jetzt können wir den Abschaltknopf drücken! Wuhu! Alles klar! Wir haben den letzten Robo-Bäcker abgeschaltet! Blaze! AJ! Das war ja unglaublich! Ihr habt sie alle abgeschaltet! Wie kann ich mich dafür bedanken bei euch? Oh, das war doch ganz leicht! Ja, so leicht wie ein Stückchen Torte! Äh, Blaze? Was machen wir denn jetzt mit all den Torten im Park? Ich weiß was! Mit Turbo-Speed machen wir superschnell alles wieder sauber! Und damit ich alles superschnell wegfegen kann, ruft Gib Speed! Ge... 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 Ge- Juhu! Juhu! Super! Eine megagroße Preisekugel? Um euren megagroßen Preis zu bekommen, braucht ihr nur drei Taler. Ich hab einen Spielzeugelefanten. Nicht direkt, mein Herr. Es ist ein megagroßer Spielzeugelefant. Das ist der beste Preis, den ich je bekommen habe. Ich hab drei Taler. Also, ich habe einen Hüpfeball. Und das ist nicht irgendein Hüpfeball. Das ist ein megagroßer Hüpfeball. Hey! Liebe meine megagroßen Eis. Wir holen uns auch einen Preis. Wir nehmen unsere Münzen und ... Oh, oh. Was ist, Blaze? Sieht aus, als hätten wir gar keine Münzen mehr. Oh nein, dann kriegen wir keinen Preis. Hm, na dann müssen wir uns einfach ein paar Taler verdienen. Ich habe den perfekten Job für euch. Leckere Pizza ausliefern. Leckere Pizza ausliefern? Na klar, das schaffen wir zwei. Wir können eine Maschine bauen, die einen Soßenspritze hat, aus dem Tomatensauce rauskommt. Und wir brauchen eine Käsereibe, die die Pizza mit Käse bestreut. Und noch einen großen Ofen, um die Pizzas zu backen, während wir fahren. Seht doch mal. Wir haben Maschinenbauingenieur gespielt und ein Monster-Maschinen-Pizza-Mobil gebaut. Klasse! Und jetzt backen wir Pizza! Oh, oh, Blaze! Sieh mal! Das Huhn da verfolgt uns. Ich glaube, es will unsere Pizza futtern. Dann machen wir lieber schnell und liefern sie aus, bevor es uns einholt. Zuerst müssen wir eine Pizza zu Haus Nummer 7 bringen. Helft uns, das Haus mit der 7 zu finden. Ist das die Zahl 7? Nein, das ist eine 4. Ist das die 7? Ja! Wie toll! Die Pizza ist da! Bitteschön! Dankeschön, mein Freund! Gern geschehen! Wir müssen unsere letzte Pizza zu dem Haus mit der Nummer 11 bringen! Ist das die Nummer 11? Nein! Ist das die Nummer 11? Nein! Ist das die Nummer 11? Nein! Ja! Ein Moment mal! Das Haus Nummer 11 ist ein Hühnerstall? Ach, Hühnchen! Ach, du wohnst hier drin! Deshalb hast du uns also verfolgt! Diese Pizza ist für dich! Na, hier hast du sie, Hühnchen! Ah! Hervorragende Arbeit, Blaze und AJ! Das habt ihr super gemacht! Genial! Wir sind zurück! Und wir haben die 3 Taler für die megagroße Preiskugel! Na dann, gehört dieser letzte Preis, wie es aussieht, wohl euch! Ja! Ja! Wollt ihr auch sehen, was unser megagroßer Preis ist? Okay, hier ist er! Seht ihr das? Es ist ein Marshmallow! Und es wird immer größer und größer und größer! Ich kann es nicht fassen! Es ist ein megagroßes Marshmallow! Wow! Juhu! 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 Geschafft! Der Erste ist abgeschaltet! Blaze! Hier drüben! Schnell! Wir müssen Stripes und Starla helfen! Rostige Radkappen! Dieser Roboter hat fünf Knöpfe! Um ihn abzuschalten, brauchen wir also fünf Schneebälle! Wow! Ich habe zwei gemacht! Und ich hab drei! Sind das fünf Schneebälle? Ja! Juhu! Schneeballzeit! Juhu! Juhu! Darington! Zack! Juhu! 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 Super gemacht, Leute. Nur noch ein Roboter ist übrig. Und der ist hier drüben. Wow. Der letzte Roboter wirft mit noch viel mehr Schneebellen. Seht ihr das? Er hat sechs Knöpfe. Um ihn abzuschalten, brauchen wir sechs Schneebälle. Hier, ich habe so viele Schneebälle. Sind das sechs? Nein, es sind nur drei. Oh, Zack noch einen hat. Wow, und ich auch. Sind das sechs Schneebälle? Ah, das sind fünf Schneebälle. Hier, noch ein Schneeball. Haben wir jetzt sechs? Ja, schnappt euch alle einen Schneeball und folgt mir. Ja. Wir haben alle Roboter abgeschaltet. Zeck liebt gute Schneeballschlacht. Hi, 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 ja. Oh, oh. Seht doch mal. Da ist Crusher. Hi, hi, heiße Schokolade. Hi, hi, heiße Schokolade. Oh, nein. Er ist gleich bei der heißen Schokolade. Wir haben nur noch eine Chance, um vor Crusher bei der heißen Schokolade zu sein. Wir brauchen Turbo Speed. Wir brauchen Turbo Speed. Wir brauchen Turbo Speed. Juhu. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Damit wir Turbo schnell werden, ruft, gib Speed. Ja, ha, ha, ha. Gib Speed. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Heiße Schokolade. Was? Oh, 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 oh. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Wir haben es geschafft. Hey, wir haben die heiße Schokolade wieder. Mhm. Und sie ist immer noch heiß und ganz köstlich. Oh, Zeck freut sich schon auf heiße Schokolade. Auf uns. Auf tolle Freunde und einen schönen Tag im Schnee. Hey, sieh mal, Blaze. Eine heiße Schokolade ist noch übrig. Hm. Und ich weiß, wem wir die geben. Hallo, Crusher. Wir bringen dir etwas. Auch für dich gibt's einen Becher heiße Schokolade. Für mich? Aber was ist mit den ganzen fiesen Sachen, die ich gemacht habe? Wir verzeihen dir, Crusher. Aber vergiss nicht, es macht mehr Spaß, mit Freunden zu teilen. Tja, danke. Mh, oh, heiße Schokolade. Das ist so yummy, so lecker, so köstlich. Oh. Okay, fahren wir zurück zu Derringtons Party mit seiner großen, leckeren... ...Torte? Oh nein, die Torte fliegt weg. Halt, Torte. Ich will dich essen. Komm zurück, Torte. Rostfleck, Crusher will die Torte für sich haben. Aber sie ist doch für Derringtons Geburtstag. Los, komm, AJ. Wir müssen schneller bei der Torte sein als Crusher. Folge der Torte. Hey, sieh mal. Da kommt ja schon wieder, Blaze. Was? Mann, er steht wohl wirklich so richtig absolut auf Torte. Oh nein, 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 nein. Blaze darf diese Torte einfach nicht bekommen, Picky. Hey, ich hab es. Ich baue etwas, um ihn aufzuhalten. Eine superrutschige Eismaschine. Blaze kriegt mich nie, wenn überall superrutschiges Eis ist. So ein Pech, Blaze. Tja, beim Rennen um die Torte bist du wohl offenbar voll ausgerutscht. Eiskalt erwischt. Oh nein, dieses Eis ist superrutschig. Wir kommen hier überhaupt nicht weg. Um voranzukommen, brauchen wir jetzt Bewegungsenergie. Ich hab's. Wir brauchen jemanden mit Bewegungsenergie, der uns hier anrempeln kann. Genau. Dann überträgt sich dessen Energie auf uns und wir gleiten übers Eis. Hm. Aber wer könnte uns anrempeln, damit das funktioniert? Oh, Dickhorn. Zeit zum Rimpeln. Wir brauchen alle Bewegungsenergie, die du hast. Diesmal klappt's. Jetzt bekomme ich endlich diese große, superleckere. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben die Torte gerettet. Aber ich wollte diese Torte doch essen. Aber die Torte ist doch nicht für mich. Sie ist für Derringtons Geburtstag. Ja, das ist seine Geburtstagstorte. Seine Geburtstagstorte? Oh, das wusste ich nicht. Tut mir echt leid. Ist schon okay, Crusher. Nicht einmal ich würde einem anderen die Geburtstagstorte wegessen. Obwohl, gewollt hätte ich das eigentlich schon ganz gern. Hey, Crusher. Vielleicht hast du ja jetzt endlich Zeit für den Brief. Meinetwegen. Piki, das ist deine Einladung. Deine Einladung zu Derringtons Geburtstagsparty. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Was denn? Es bedeutet... Wir fahren zu ner Party und essen da die Torte. Wir fahren zu ner Party und essen da die Torte. Äh, Leute, es gibt da nur ein Problem. Derringtons Party fängt gleich an. Oh, wie, was, jetzt schon? Oh nein, wie? Sollen wir denn die Torte dann noch rechtzeitig hinkriegen? Ach, keine Sorge. Wir benutzen einfach unseren Turbo-Speed. Damit wir Turbo-Speed bekommen und super schnell Derringtons Party erreichen können, ruft Keep Speed. Keep Speed. Oh nein, super. Blaze ist wieder da. Und er hat meine Torte. Super. Yeah. Gerade noch im richtigen Moment. Seht mal, die Partygäste sind schon alle da. Happy Birthday, Derrington. Ja. Ha, ha. Kommt nur rein, Freunde. Jetzt ist Partyzeit. Ja. Super. Sick. Ha, ha, ha. Wee. Alter, das ist mega cool hier. Ja. Upsi. So lecker. Blaze, dank dir ist das der beste Geburtstag aller Zeiten. Gern geschehen, Derrington. Happy Birthday. Crusher, Piggy, was ist los? Officer Anna, etwas Schreckliches ist passiert. Unsere Lollis, die sind einfach verschwunden. Und meine Kekse sind auch weg. Und meine Schokotafel auch. Verschwundene Lollis, Kekse und Schokolade? Was glauben Sie, ist damit passiert? Für mich hört sich das an, als hätte jemand die Süßigkeiten gestohlen. Gestohlen? Von wem? Von der süßigkeitenverrücktesten Banditin auf der Welt. Der Naschzeugdiebin. Ha, ha, ha. Ganz genau, Reifenhausen. Naschzeugdiebin, so heiße ich. Und alles Süße hier ist nur für mich. Ha, ha, ha. Aber ihr kriegt mich nicht, denn ich bin listig und fix. Und schleudere mich einfach weg in Nullkomman-Pixen. Ha, ha, ha. Oh, je. Die entmischt uns. Uns futtert unsere Süßigkeiten. Nein, wird sie nicht. Denn ich werde sie schnappen. Mithilfe meiner erstklassigen Partner, Blaze und AJ. Auf uns ist Verlass, Officer. Na dann vorwärts, Kollegen. Auf zum Einsatz. Ja, das hat viel Glück, ihr drei. Ich hab sie. Alle Süßigkeiten der ganzen Stadt. Und jetzt, wo ich zu Hause bin, nasch ich mich setz. Ha, ha, ha. Uh, uh, uh. Oh, oh. Die wollen mein Naschzeug? Ich muss es vor ihnen verstecken. Oh, gut, dass es auf dem Berg Bären gibt. Die werde ich einfach wetten. Das Haus der Naschzeug-Diebin muss da auf dem Berg sein. Gleich holen wir alle Süßigkeiten wieder zurück. Hauptsache, wir stoßen nicht nochmal auf Hindernisse. Aaron? Hier entlang, Officer Anna. Oh Mann, die Diebin hat die Bären aufgeweckt. Wenn wir doch nur wüssten, was sie wieder zum Einschlafen bringt. Hey, ich weiß, wie wir das herausfinden. Polizeicomputer, zeig uns ein paar Fakten. Wie viele Häkchen sind da? Zwei, ja. Ein Häkchen ist unter dem Stofftier und unter dem Kissen. Das heißt, wir brauchen beide Sachen, damit der gelbe Bär einschläft. Na dann los. Stofftier. Kissen. Da ist die Naschzeug-Diebin. Mein Teller ist voll mit den leckersten Dingen. Und das große Naschen, das kann nun beginnen. Sie will anfangen zu futtern. Dann müssen wir ihr die Süßigkeiten schnell wegnehmen. Aktiviere Polizeiwagen-Turbo-Speed. Damit ich und Officer Anna Turbo schnell fahren ruft. Gebt Speed. Gebt Speed. Gebt Speed. Wir haben sie. Mein Naschzeug, wo ist es hin? Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Tut uns leid, Naschzeug-Diebin. Aber deine Tage als Diebin sind vorbei. Doch ohne das Süße. Oh, solche Not. Diese ganzen Leckereien waren doch mein... ...Abendbrot. Abendbrot? Aber klein. Sowas ist doch kein Abendbrot. Ja. Davon bekommst du schlimme Bauchschmerzen. Aber es geht dir gut, wenn du was Gesundes isst. Zum Beispiel einen Apfel. Es stimmt, ihr habt recht. Ich bin nicht mehr sauer. Gesunde Sachen essen ist toll. Ich bin voller Energie und hab... Power! Hurra! Wie schön für dich. So ernährt man sich richtig. Und von nun an verspreche ich auf Süßes verzichtigt. Wow! Plötzlich fängt es an, richtig doll zu schneien. Rostfleck! Seht! Die Super-Schnee-Kanone hüllt alle Iglus im Schnee ein. Oh Mann! Wenn wir den Pinguinen ihre Pizza bringen wollen, müssen wir irgendwie durch den vielen Schnee kommen. Hey, ich weiß auch schon wie. Wie wär's denn, wenn wir etwas bauen, womit wir einen Tunnel durch den Schnee graben können? Wir bauen eine Bohrmaschine! Ja! Bohrmaschinen benutzen eine einfache Maschine namens Schraubspirale. Wenn sich die Schraubspirale dreht, schafft sie Sachen aus dem Weg und ein Tunnel entsteht. Oh ja! Ich bin eine Bohrer-Monster-Maschine! Es funktioniert, Blaze! Wir graben einen Tunnel durch den Schnee! Hör mal, das klingt nach den Pinguinen! Ja! Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, in welche Richtung wir bohren müssen. Helft uns dabei! Um zu dem ersten Iglu zu kommen, könnten wir nach oben oder nach unten bohren. Wo lang ist es richtig? Nach oben oder nach unten? Nach unten! Ja! Wuhu! Yeah! Und geschafft! Ta-ta-ta! Ta-ta! Bitteschön, Pinguine! Eine Pizza mit extra vielen Eiswürfeln! Ta-ta! Jetzt geht's zum letzten Iglu! Bohren wir nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts? Wo lang sollen wir bohren? Nach oben, ja! Wuhu! Bitteschön, Pinguine! Eine frische, köstliche Eis-am-stiel-Pizza! Bis später, Pinguine! Wir müssen ein Rennen gewinnen! Ja! Wuhu! Hier sind wir jetzt, Leute, auf der Zielgeraden! Am Ende dieser Straße ist die Ziellinie, wo ein Elefant auf seine Pizza wartet. Und die Welt wartet darauf, mitzuerleben, wer unser Sieger wird! Ja! Und wie aufs Signal, kommt da auch schon Crusher! Ganz recht! Und wenn ich die letzte Pizza ausgeliefert habe, bin ich der Sieger! Ich, ich, ich! Toll, Crusher! Sieht aus, als könnte dich jetzt tatsächlich nichts mehr aufhalten! Weder die Piste, noch das Wetter, oder das Loch da im Boden! Das Loch da im Boden? Oh nein! Das gibt's nicht! Da kommt! Blaze! Hey, Crusher! Brauchst du Hilfe? Puh! Machst du Witze? Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber... Also dann, Crusher! Bereit, das Rennen zu Ende zu fahren? Ja! Derjenige, der die Pizza zuerst zur Ziellinie bringt, gewinnt! Und ich denke, wir alle wissen doch schon, wer das sein wird! Ich! Ja, ja! AJ, drück auf die Tube! Ich wusste es! Niemand wird seine letzte Pizza von mir abliefern! Ha! Nicht mal! Blaze! Und der Sieger des großen Pizza-Rennens, ja, der ist Blaze! Bitte sehr, lieber Elefant! Eine supergroße Pizza mit extra vielen Erdnüssen! Und der ist eine sehr große große Erdnüssen! Wow! Der Elefant hatte aber großen Hunger! Ha! Ich gratuliere euch, Blaze und AJ, zu eurem unglaublich fantastischen Sieg! Na, möchtet ihr jetzt euren Preis sehen? Unseren Preis? Das deute ich mal als Ja! Hier ist er, der einzige und einzig wahre goldene Pizzapokal! Und das Beste daran ist, der Pokal sieht nicht nur aus wie ein Stück Pizza, er backt auch Pizza! Schmeckt die lecker!